erst mal neben moped fahren da im moped jetzt ist ein ander gespawnt der irgendein assi jetzt wollen wir den platz geklaut so sagt bescheid oder nie ist wirklich gut steigig aus jetzt erstmal steigst du aus warte ich wechsel war weiter wo bist du friedrich naja nirgendwo ist wie das selbe ja zu sein er hat sie so sehr mit meine fresse hier kommt wo ist mein moped mit dem ich hierher gekommen bin ey jetzt hat er mir das geklaut hier hallo voll das dumme arschloch der typ krass ist der dreist ein wichser weil ich halt das andere moped hier wo ist raus aus der buchte da so hautet natürlich noch hier an der stelle wo bist du wo bin ich denn hier wo sind wir denn hier bei ja schön die granate da kommt ihnen ans haus wenn du in dem kleinen häuschen die nicht getroffen also manchmal ist es komisch und tot ne echt den granaten an überlebt okay voll krass ich stehe jetzt auf das reicht mir jetzt hier ich komm zu dir mit ins haus macht die auf hier die tür meine güte oh granate alter oh granate wo denn überall also bei mir kam hier ganz viel drin geflogen ich hab nur eh nie gesehen ab zu c ich bin mal der anführer aber hier noch mit drin in den panzer ich bin ein paar zeser sie so selbst jetzt und man ein fall ja ach so hat und voll kreativ so wie kommst du noch so war ja mal kreative und kreative und dann dann kreative aber hallo und die in dem haus hier drinnen die hier drinnen wo das tat weh wir haben einsatz Ziel Cäsar erobert wir haben einsatz Ziel Gustav verloren ach hier oben man die drinnen oh so ist schon ein Panzer wohin oh ich musste gerade mich hier mal eben entledigen hast du erst mal wohin geschissen oder was ja zu dir nee in jeden halt entledigen ich hab jetzt hier erstmal auf meinen Sessel gekackt von der enkelhaft und jetzt schmier ich es einfach ein bisschen eigentlich meinte ich ja bei Battlefield aber ja im echten Leben ist es natürlich noch geiler ja oder das ist noch ein bisschen mehr so der Kick ja Realismus pur alter ich muss auch mal meine Bomben aus meine Minen wieder aus auslegen hier ich brauch Munition wenn es trinkt merke ich gerade ja kann ich leider noch nicht mit dienen ja ist das hier ein Gegner sag mal ne ne mach ruhig ja nicht ruhig aber muss man nachladen oh der Nebel lichtet sich jetzt wird es wieder ungemütlich da kommt eine Reiter oh nein jaaa du Fotze sehr gut ich hab nur noch nie mehr ich glaube den hat gewischt na dann komm ich mal mit dir mit also ich leg meine davor aus ne ich hatte keine mehr glücklicherweise da war ich schon warum rennst du denn die AZ im Kreis man weil der Reiter da immer noch ist da sinds ja da kommen sie ich brauch unbedingt Munition da da komm da komm da komm scheiß Bastard so jetzt jetzt erstmal weg oh oh einen hab ich noch fünf Schuss hab ich noch ich lad mal nach dann hab ich auch nicht mehr viel so man hör doch auf dich gleich wieder hinzulegen da du Spasti Achtung Granate schön ich hab nur noch 10 Schuss ich weiß ja nicht mehr was los ist mann David ich kann dich nur noch mit Pistolen Munition unterstützen was ist denn was ich hab auch nur noch die Pistole am Anschlag hier wo ist denn der Handbastert der mich hier vielleicht kommt der mal unser Team langsam und unterstützt uns da drüben da drüben kommen sie da kommt er am nebenende des Waggons ja sehr gut da war noch einer oh der ist jetzt an dem Geschütz dran was ist uff ey nicht dass der hier da hat Mike werft dann eine Granate rüber mal gucken ob ich treffe musste er hasste sehr gut aber irgendjemand anders hat den da kommt einer hin ja den hab ich noch gerade so mit der Pistole oh Gott ja hab ich auch oh Granate oh Gott oh nein nein scheiße rip oh der ist da noch einer den muss doch auch noch 10 nein nein der muss doch auch noch 10 nein das wäre der dritte neue gewesen ihr willst der Run hier oh gut aber trotzdem gut gemacht irgendwann wenn halt die Munition ausgeht und nichts zu machen das der rausgeholt das passiert wenn ein bestimmter Kerl halt wie immer den Versorger spielen würde aber gut kann man ja naja der hat der spielt ja leider nicht mehr der hat ja aufgehört der hat der ist er hat aufgehört er war mir eh unsympathisch naja dachte ich mir ja mir ja letztendlich auch aber vielleicht fang ich ja mal an den Versorger zu spielen dann scheiße wo sind sie denn da man an dem Fenster an der Fenster was war denn was war denn das eben hm unnutet die fühlen ja gerade langsam ja da kommen noch eine ganze Menge Leute hat sich hoch bestätigt natürlich die ganze Zeit kick ich auf das scheiß Fenster es ist wie immer dann dreht man sich einmal um und dann kommt er da ja das ist doch meistens so eigentlich oder sehr sehr oft auf jeden Fall ist immer so ja und genau in tausend gegnerinnen die sind ja alle bei C wo denn da in dem Haushalt hat ja kein gesehen in dem Haus da wo der Wagen immer davor steht du Hure meine auf zu brennen dafür habe ich jetzt keine Zeit steh auf Scheiße scheiße wo die Gasgranate ich überhaupt nicht voll genommen naja man gab es auch gerade noch so jetzt mal eine Wiederbelebung das wäre wirklich Weltklasse wir haben Einsatzziel Friedrich erobert Könnte mir sein sei bloß vorsichtig Querschritte auf jeden Fall ich könnte nicht hier oben sogar noch jemand sein da kannst du mal gucken da ist einer von uns da kommt einer Scheiße Mann Oh ja ich hab ihn Oh der wollte dich gerade bei den Tieren war das der Ja Oh den habe ich gerade im Beschuss genommen und dann wurde ich abgeknallt in dem Moment Ja aber ich habe ihn auch noch getötet er hat schon so diese Animation angesetzt Ja das habe ich gesehen Mann ist der dumm oder so kann der mich mal wiederbeleben Ah ey Gibt es da nicht Oh Gott Schön dass die Wand da genau einstürzt Wo sind sie denn hier? Oh gegenüber an dem auf dem Dach Mh mh Schwer zu treffen auf jeden Fall Wir sind gerade auf dem Weg nach oben Ja Ja ok Sehr gut Das tut erfreut Das gefällt mir Also dafür liegt ein Like für ihm Aber die sind doch glaube ich auf dem Dach ganz so oder? Ne Da ist jetzt einer von uns Oh wer hat dich denn abgeknallt? Ja der ist jetzt natürlich tot Oh da kommt ein Elite Soldat Vorsicht Geh weg da Bin ich schon Aber dieser kann auch von uns sein Ja der ist von uns Ja der war von uns Jut Dann ist es in Ordnung Ein Glück Ich bin wieder da Ein Glück du Äh Reiter Ist der auch von uns? Ich weiß nicht Hier ist ein Moped Wir können hier einsteigen Und mal eine Runde fahren Wir haben Einsatzziel Bertha verlor Wo bist du? Ich bin irgendwo in deiner Nähe Aber ich muss hier auch gehen Da ich seh dich Beziehungsweise nur dein Schriftzug Aber wenn du hier bist Aber die kommen hier irgendwo Ich bin hier Komm dich Ich fahre Ne hier bist du nicht Hm Keine Ahnung Steig jetzt aus Ich hab quasi an mir vorbeigefahren Achso Schön Toll ey Na ja ich geh jetzt ins Haus hier Ich bin hier auch drüber Da kommt einer Wo ist er? Oh ja ich hab ihn getötet mit der Granate Ich hab die von hier aus darunter geworfen Wunderbar Ihn hab ich auch noch erwischt Ego Führschritte Wo ist er? Wo kommt er? Wo ist er? Oh jetzt hier bei mir wieder Oh zwei Leute bei dem Haus Wo du drin bist Oder Oder wo ich drin war Scheiße Kofi Kanika Scheiße Jetzt kommt er natürlich hinter mir Die ganze Zeit wartig Aber gut Auch das ist nichts Neues Das ist halt so Na Wie lange willst du denn an manchen Stellen warten? Die spawnen ja unten Oh so Ey ich kotze hier wieder Da oben auf dem Hügel Steht natürlich Überraschungen Da steht natürlich wieder einer Wacht sich ein Lenz da oben Schön Oh ja Wiederbelebung Neee Das ist der Typ der da oben steht Vielleicht kann den ja mal jemand töten Mann warum zielig denn so behindert Sag mal Mich mal einkriegen hier ey Ich bin hinter dir Robi Ich steh hinter dir Gut hier kommt irgendein Fahrzeug Noch von uns Unser Ja ich glaub hier oben Auf dem Hügel ist der Ja ich glaube du tust da recht sprechen Ein feindlicher Panzerzug ist unterwegs Scheiße Gasgranate Garnate Garnate Achtung Ich geh erstmal ein bisschen weiter Zwei hab ich Garnate Achtung Noch einer Oh da ist noch einer wieder tölt Ah moh die ist noch da Ja genau Voll über krass Mit einem Schuss Ja genau Ach oben Ach oben Ach oben der Typ wieder der da wieder steht Oh immer noch Oh Mann ey Nicht mal der da unten Ihre Camping Spots ist unfassbar Derselbe Bastard ey Wir müssen nochmal wieder nen Boost hier zünden Ja das stimmt allerdings Kann der mal ihn an machen Greift der dann sowieso noch über in die nächsten Runden Oh Mal warten bis ich tot bin Na ich werd's wahrscheinlich eh wieder vergessen Aber Man übertreibe doch nicht da Hast du? Ja wie er sich noch penetrant da hinstellt Als wenn ich ihn nicht töten könnte Penetriert Ich geh wieder zu B runter Na weg hoch Da steht schon inner Da kommen sie Von rechts und von links Ich kümmere mich Ich kümmere mich um links Okay dann mach ich die rechte Seite Ich bin tot Aber er ist auch tot Einen habe ich Einen habe ich Der ist tot Hier kam von links der Bastard Der jetzt ist auch tot Jut Einen habe ich ja Und ne Oh da ist ein Fahrzeug Ne Von C kommen sie übrigens auch wieder hinter uns gleich Ne Das wurde schon beschossen Dann würde ich mich mal entsprechend in Position bringen Also auf jeden Fall Vorsicht Ich würde mich jetzt mal einer einnehmen Ich stelle mich mal hier hin Ja Kann ich von Wo steht da oben Der hat fast tot Der hat ein Snipergewehr auf jeden Fall der Bastard Ja jetzt bin ich tot Martini Henry oder Da hinten Ne Warte mal mal hat der uns anritt Ach mal mal hat der uns anritt Da wird vielleicht wieder wiederbelebt Aber das war auch nicht den auf den ich geschossen habe Jetzt bin ich tot Yes Richtig geil Mit der Panzerabwehr Ich habe die einfach nur hoch in die Luft geschleudert Und die ist genau da bei dem gelandet Ah ja Und jetzt habe ich dich Bastard Wenn ich den einen noch gehabt hätte Scheißfotze Jetzt belebt der die da alle wieder Das Schlimmste von allen noch Aber die die er wiederbelebt hat Habe ich jetzt mal ausschalten können Inklusive dem Wiederbeleber Oh voll geil Der ist da vorne noch Der andere ist da vorne noch bei dir Glaube ich Der ist doch hier weggerannt nämlich Da ist er doch der Bastard Mann du Bastard Aber Drawkill wenigstens noch Ah komm ey So ein Nerd schon wieder mit seiner scheiß Automatiko ey Das ist auch so eine Nerd Waffe Ich finde die richtig scheiß eigentlich Aber es ist wirklich eine Nerd Waffe Ich habe die noch Die noch nie benutzt ey Bist du nur auf Nahkampf Bist du da quasi chancenlos So gut wie Wollen wir hier mit einsteigen bei dem? Oh wenn ich schaffe Warte ich im Zweifel gerade Ja jetzt nicht mehr ne Und Panzerzug Oh was war das? Oh ne Bomber Oh ja Bomber Oh ich bin erstmal weg hier bei B Mich hat er erwischt Mich hat er erwischt Mich hat er geschrotet Mich hat er geschrotet Und wieder nach Martini Henry Ein Schuss Mh Unfassbar ey Könnt ihr die Waffen nochmal ein bisschen abschwellen Vielleicht Das ist ja ja eine welche Entfernung die trifft Nö Jetzt kacken wir ganz schön ab Was soll ich jetzt hiervon verlieren ey Das ist unsere Zeit jetzt hier Maaan du Bastard Crunch Time Warum? Weniger als 5 Minuten auf jeden Fall Nehm ich mal an Dit ist aber auch ein Bastard hier Der rennt die ganze Zeit weiter Straight durch ey Oh sehr hilf danke Ich hab auch nicht verfallen genommen Dann hatte ich die ganze Zeit verfolgt schon ey Okay nicht mehr So jetzt bin ich wieder ähm Kapitän Wir haben Einsatzziel Emil erobert Schnauze weit wie Die Fresse Die Fresse Weiii Das Krieg Hits Hüiah Hüiiiah 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 Oh voll ich hab dich drüber gesprungen Achso jetzt bist du hier drüber gesprungen Voll geil Oh Gegner Ja wo ist er? Ist er hier drüben gewesen? Hier war er oder? Da ist er doch Schlamm Catchen Catchen Naja Voll geil Ja Ich hab dich nochmal gerettet Ach Du wolltest ja auch eine schlechte Zeit Und komm mal zu D wieder hin D können wir auch mal wieder machen D ist gut Da drüben da oben auf dem Berg sind schon wieder Sniper Bei B Und jetzt schon wieder markiert Ja deswegen wollte ich gerade äh Nicht da stehen bleiben Ja B meinen Mh Curve Und Fahrzeug hier Und ein Zug Was noch viel schlimmer ist Oh da ist Zug Er zieht Er zieht Irgendwo ist Zug Oh der Bomber da kipp mal Oh Den hab ich ja wohl getroffen sag mal Will der mich eigentlich verarschen Ah den wenigstens ey Okay Und da kommt der Panzerzug Der holzt hier rein Aber noch leben wir Ah Mich hat er nicht getroffen Zum Glück Ich muss auf den Schienen jetzt auf jeden Fall äh Dynamit auslegen Oder hier Dingens Oder hier Dingens Kriech hier drunter Ich geh wieder weg hier das ist mir wenn der Zug hier zurück kommt renne Ja das ist eine gefährliche Pflaster Ah da ist ein Pferd da hinten Mit Reiter Gucken wir mal die Pferde zu C Gucken wir mal die Pferde zu C Da ist auch noch Einer Sehr gut Teamwork Und Granate Ich bin genau drauf gelandet Ich hab ihn Ja sehr gut Voll das Team kill Aber da links ist noch Einer Links ist noch Einer Links vorm Haus Links scheiße Jetzt bin ich schon so oft im Kreis gerannt Dass du nicht mehr wirst Ja Von der Stelle von der war ursprünglich gekommen Da sind die rüber gesprungen Mann Manchmal stelle ich mich so dumm an Einfach nur Aber den hab ich wenigstens nur mit der Granate Oh der Zug kommt glaube ich zurück Robert Immer erst schießen und dann die Granate werfen Nicht erst die Granate und dann schießen Wie schon hundertmal ein Robert feuert hier rüber wie Hirschensen Ich komm nochmal zu dir Jetzt kommt er natürlich wieder zu dir Wenn meine Minen äh Wahrscheinlich schon im Arsch sind ey Nee wenn du tot bist verschwinden die Minen glaube ich nicht Aber wenn ich neu spawne dann sind die weg oder? Noch Einer hier Oh den hat's schön weggesprengt Oh den hab ich auf jeden Fall erwischt Den hast du auf jeden Fall erwischt ja Erwisch Den hast du auch erwischt Den hast du auch erwischt Ihr habt beschossen Oh doch er ist drüber gefahren Aber nur 28 Schadenspunkte gemacht Aber jetzt ist der im Arsch ne? Ja meine glaube ich haben sie Meine glaube ich haben sie in Luft hier ja Von mir müssen sie auch zwei in die Luft Oh wer war denn bitte? Wo sind die denn? Ja Wer hat dich denn die Luft hier Siehst du ja nicht der auch in dem kaputten Häuschen da In der Ruine Genau im Eingang an der linken Tür Also nicht die von der Straße ruf führt die Tür Sondern die andere Den hab ich beim besten wenig gesehen ey Oh Feind getroffen 64 Du musst die Granate ja direkt neben dem gelegen haben ey Bastard Ah der müsste jetzt eigentlich tot sein schon ne Aber da kommt er Da kommt er Bastard Oh danke Danke Oh da ist noch okay So Service da mal wieder Schön Das geht nochmal Richtung Ziel hin Ja Und hier geht's auch Aber ich glaube hier sind irgendwo Jäger Ja Ja Ist mir auch so ja Sind mich nicht alle täuscht? Da müssen sie auch sein Da steht auf jeden Fall einer oben auf dem Hügel Es steht immer irgendwie irgendjemand auf dem Hügel oder? Nein Ich treff ihn nicht Keine Chance Ich hab ihn zwar Ein bisschen Schaden zugefügt aber Ich bin jetzt bei C Ich bin grad C Nein Also einer ist auf jeden Fall da beim Hügel wie gesagt Den halt konnte ich leider nicht Der wird sich erstmal zurückgezwungen haben Okay Denk mal der wird sich David ey Schmöter Da mal Kappen Hast du den noch? Ja sehr gut Da bin ich immer auf den Endstand gespannt Ey Haben wir hier Hier Also Nimmst du die Küste? Ich kann es nicht zuordnen Ne ne Ich hab vorhin mal kurz So Relativ am Anfang Da warst du schon gut dabei glaube ich Also ziemlich gut 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 Ich hab natürlich wieder vergessen den Boost anzuschmeißen Mann Oh ich renne genau in die Granate rein Aber ich hab ihn Den Bastard Das war bestimmt der der vorhin schon gehockt hat Ja Hurenarsch Richtig Ich Mal ein paar Minen auslegen Genau Vielleicht fährt der noch mal inner drüber hier Ja Da kommt er doch schon Na los fahr drüber hier Los komm Ach der Bastard hat er sich da festgefahren jetzt Ich hab noch Ich hab noch Auf jeden Fall Sehr gut Oh da Oh da war ein Wachsoldat drin Teamworking Oh Bomber Bomber Oh Weg Oh bei C sind sie schon wieder Ja Verlieren wir grad Hat er gesagt What? Ne Also Ne Hat er wieder Panik gemacht hier ey Oh der fette Bomber da Der schützt da gleich ab ey Oh der ist abgesprungen da der Bastard Ist der gelandet? Ist denn der gelandet? Wir haben Einsatz Gustav erobert So Gibt es nicht Weil ich dann eine Granate Ja natürlich Ja Ey Ein Unsinn Krass Krass Ja genau Und ich Ich musste natürlich genau wieder nachladen in dem Moment Dann messer ich ihn einmal und er Macht einmal einen Nahkampf und hat gleich seine Sequenz da Seine Abschlussmesser Sequenz Und bei mir Ja genau Und bei mir wird bloß wieder so ein billiger Schlag Oh ja komisch ey Schön Was soll ich jetzt hier oben? Ah gut War doch gut War sehr gut Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht Und in die Festung von Vorseite behindert Vor Oh ja Oh 17.022 schon so Oh Ich habe Oh du 255 3 3 2 4 3 2 5 Mann ey Immer Immer Ja 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 Aber bester sei nie bin ich geworden Genau Battlepack hast du bekommen Ich diesmal nicht 104 Minuten noch Und ich bin gerade mal bei 84 Und da dauert es schon so lange 256 Minuten Zweiter und Dritter Naja wie soll das anders sein 33, 13 27, 13 Nicht schlecht, aber war doch gut Haben wir doch gut gemacht Immer dasselbe Und meistens bist du Vor mir trotzdem noch Habe ich das Gefühl Zumindest da Vielleicht täuscht Mich auf mein Gefühl Tschüss Tschüss